Erleuchtung, Frieden und Freude werden nicht von jemand verliehen. Der Quell ist in unserem Inneren, und wenn wir tief genug im gegenwärtigen Moment nachgraben, wird das Wasser hervorsprudeln. Wenn wir wirklich lebendig sein wollen, müssen wir zurück zum gegenwärtigen Augenblick. Üben wir bewusstes Atmen, so üben wir die Rückkehr in den gegenwärtigen Moment, in dem alles geschieht. Bevor der Buddha starb, lehrte er seine Schüler, Zuflucht zu der Insel der Achtsamkeit in sich selbst zu nehmen, indem sie Achtsamkeit beim Sitzen, Gehen, Atmen und jeder anderen Aktivität des täglichen Lebens übten. Achtsamkeit heißt, sich bewusst zu sein, was im gegenwärtigen Augenblick geschieht. Wenn wir einen friedvollen, glücklichen Schritt machen und wissen, dass wir einen friedvollen, glücklichen Schritt machen, dann ist Achtsamkeit vorhanden. Wenn wir achtsam ein- und ausatmen, sehen wir die vielen Elemente des Glücks, die uns bereits zur Verfügung stehen. Achtsamkeit ist Erleuchtung, Verstehen, Mitgefühl, Befreiung und Heilung. Wenn wir alles mit Achtsamkeit berühren, wird sich uns die Welt in ihrer ganzen Herrlichkeit offenbaren. Achtsamkeit lässt unsere Augen, unser Herz, unseren Nicht-Zahnschmerz, den Mond und die Bäume tief und wunderschön aufleuchten. Wenn wir unser Leiden mit Achtsamkeit umarmen, fangen wir an, es zu verändern. Wenn unser Leiden von Achtsamkeit gehalten wird, verliert es an Stärke. Wir können nicht glücklich werden, wenn wir unsere Illusionen der Wirklichkeit vorziehen. Die Wirklichkeit ist weder gut noch schlecht. Die Dinge sind, wie sie sind und nicht, wie wir sie gerne hätten. Dies zu begreifen und zu akzeptieren, ist der Schlüssel zum Glück. Ein Wunder von Wundern umgeben Unsere Praxis ist es, im gegenwärtigen Moment Zuflucht zu nehmen, denn der gegenwärtige Moment ist immer verfügbar. Der gegenwärtige Moment ist voller Leben, voller Wunder. Wir müssen nicht erst in die Zukunft rennen, um dies zu erreichen. Wir sind bereits ein Wunder, das von anderen Wundern umgeben ist. Wunder, die wir erfahren können, wenn wir wissen, wie wir innehalten und ganz präsent sein können. Wie können wir ganz in den gegenwärtigen Moment gelangen? Eine Möglichkeit ist, Zuflucht zu unserem Atem zu nehmen. Manche mögen sagen, dass unser Einatmen eine sehr kurze Lebensdauer hat, vielleicht nur zwei, drei Sekunden lang anhält. Warum sollten wir Zuflucht zu einer so flüchtigen Sache nehmen? Wenn wir darüber sprechen, zu etwas Zuflucht nehmen zu wollen, dann denken wir an etwas sehr Stabiles und Dauerhaftes, damit wir Frieden und Sicherheit für lange Zeit bewahren können. Wenn wir wählen könnten zwischen einem kurzlebigen und einem langlebigen Objekt unserer Zufluchtnahme, würden wir uns wohl für die langlebigere Variante entscheiden. Die Frage ist jedoch, wer sind wir, die wir Zuflucht nehmen wollen? Sind wir etwas, das sehr langlebig ist? Oder dauern wir gerade mal eine Sekunde? Wir neigen zu der Ansicht, dass wir etwas sind, das länger andauert als unser Einatem. Aber das stimmt nicht. Der Buddha fragte einmal seine Schüler, wie lange ein menschliches Leben dauere. Eine Person sagte, 100 Jahre, eine andere sagte, 50 Jahre. Wieder eine andere meinte, eine Nacht und einen Tag. Dann sagte jemand, es dauert einen Einatem lang. Der Buddha warnte sich dieser Person zu und sagte, ja, du hast die Wirklichkeit des menschlichen Lebens gesehen. Es dauert nur einen Einatem lang. Und es kann sogar noch kürzer sein, denn während wir einatmen, werden wir schon zu einer anderen Person. Das Ich, das vor dem Einatmen da war, ist nicht mehr das gleiche Ich, nachdem wir eingeatmet haben. Wir glauben aber, dass wir viel länger andauern, und so versuchen wir, Zuflucht zu etwas zu nehmen, das noch länger dauert, möglichst soll es ewig sein. Wenn wir wissen, dass derjenige der Zuflucht nimmt und das, zu dem wir Zuflucht nehmen, eins sind, können wir verstehen, warum wir über Zuflucht nehmen zu einem Atemzug sprechen können. Das ist etwas sehr Konkretes. Wenn wir einatmen, können wir mit unserem Einatem sein, und dabei werden wir ganz lebendig. Wenn wir Zuflucht zu unserem Einatem nehmen, dann sind wir wir selbst. Wir sind sicher. Wir sind stabil. Wir sind ganz präsent im Hier und Jetzt. Wir sind uns bewusst, dass wir ein Wunder des Lebens sind, und dass wir die vielen anderen Wunder des Lebens, die uns umgeben, berühren können. Einfach da sitzen und unseren Einatem genießen. So werden wir zu allem. So werden wir unsterblich. Wir nehmen Vergangenheit und Zukunft ungeheuer wichtig. Wir leben, als wäre beides ständig da. Daher vergessen wir, im Augenblick zu leben. Dabei ist das Leben im gegenwärtigen Augenblick das Allerwichtigste. Weil wir nur in diesem Moment etwas dafür tun können, unseren Geist umzuwandeln und positive Emotionen hervorzubringen, die uns helfen, andere zu unterstützen. Der Vinaya-Meister Yu Yuan fragte einst Cao zu, praktizierst du eigentlich noch Meditation? Ja, das tue ich. Und wie sieht deine Übung aus? Wenn der Reis auf den Tisch kommt, esse ich. Wenn ich müde bin, schlafe ich. Aber das tut doch jeder. Demnach würden ja alle einem geistigen Weg folgen. Nein, ganz so ist es nicht. Warum? Wenn es Zeit ist zu essen, essen die Menschen nicht. Hunderte von Gedanken halten sie gefangen. Wenn es Zeit ist zu schlafen, schlafen sie nicht. Tausende von berechnenden Gedanken stören ihre Ruhe. Im Westen werden vier Grundlagen des achtsamen Wandels so genannt. Erkennen, akzeptieren, erforschen und nicht identifizieren. Erkennen ist das erste Prinzip der Wandlung. Wenn wir in unserem Leben feststecken, müssen wir die Bereitschaft aufbringen, uns anzusehen, was ist. So als würde uns jemand liebevoll fragen, hey, was geschieht denn jetzt eigentlich? Antworten wir brüsk, nichts. Oder halten wir kurz inne, um die Wirklichkeit unserer Erfahrungswelt zu prüfen, hier und jetzt. Akzeptieren ist das nächste Prinzip der Wandlung. Auf diese Weise entspannen wir uns und nehmen an, was ist. Das ist wichtig, denn mit dem Erkennen kommt leicht eine subtile Form der Abneigung auf, ein gewisser Widerstand, der Wunsch, es wäre alles anders. Akzeptieren heißt nicht, dass wir nichts tun sollen, um unsere Lage zu verbessern. Doch für den Moment liegen die Dinge nun einmal so und nicht anders. Erforschen ist das dritte Prinzip, das sich ganz natürlich aus dem Erkennen und Akzeptieren ergibt. Zen-Meister Thich Nhat Hanh nennt dies Tiefblicken. Beim Erforschen konzentrieren wir uns auf die vier entscheidenden Bereiche unserer Erfahrung. Körper, Gefühle, Geist und Dharma. Diese werden auch die vier Grundlagen der Achtsamkeit genannt. Wenn wir ein Problem näher untersuchen wollen, etwas, das in uns brodelt, dann ist es klug, zuerst festzustellen, was in unserem Körper geschieht. Im nächsten Schritt machen wir uns bewusst, welche Gefühle mit dem Problem verbunden sind. Dann richten wir den Blick auf unseren Geist. Wir fragen uns, welche Gedanken und Bilder mit diesem Problem verbunden sind. Und wenn wir als viertes den Dharma näher betrachten, dann sehen wir uns die Prinzipien und Gesetze an, die unsere Wirklichkeit lenken. Damit aber kommen wir zum Prinzip der Nicht-Identifikation. Nicht-Identifizieren bedeutet einfach, dass wir aufhören, das Problem als Ich oder Mein zu betrachten. Wir erkennen, dass unsere Identifikation Abhängigkeiten schafft, Ängste und ein Gefühl der mangelnden Authentizität. Wir untersuchen jeden Bewusstseinszustand, jede Erfahrung, jede Geschichte. Bin ich das wirklich? Bald enthüllt sich uns das Offene, Augenblickhafte unserer Identität. Dann können wir loslassen und im Gewahrsein ruhen. Achtsam kommunizieren und konsumieren. Achtsamer, langsamer leben. Dazu braucht man weder Mantras noch Mythos. Aber eine klare Entscheidung und Übung und Zeit. Zeit, auch in aufreibenden Situationen kurz innezuhalten, zu reflektieren. Sich immer wieder zu fragen, was tue ich? Was fühle ich? Wie drückt es sich im Körper aus? In welchem Körperteil fühle ich es? Was denke ich? Was sage ich? Und wie sage ich es? Befinde ich mich im Einklang mit meinen persönlichen Zielen? Wer lange übt, dem kann solches Scannen im entscheidenden Moment in Sekundenschnelle gelingen. Lebenslanges Trainieren ist wichtig, so wie man einen Muskel immer wieder trainieren muss, damit er fit bleibt. Und auch Mut gehört dazu, wenn man den eigenen Geist zähmt. Denn es ist gut möglich, dass sich der eigene Lebensstil dadurch gewaltig verändert und moderne Buddhisten plötzlich nicht mehr ins Raster der Karriere- und Konsumgesellschaft passen. Es ist zwar ungemein förderlich, aber anfangs auch erstaunlich schwierig, aufmerksam auf unsere Gefühle zu achten. Manchmal scheint es sogar unmöglich zu sein, Gefühle in dem Moment zu erkennen, in dem sie aufkommen. Wir müssen uns zuerst den Verhaltensweisen zuwenden, in denen sie sich nach außen hin zeigen. In diesem Zusammenhang ist es hilfreich, sich das Einsetzen eines destruktiven Gefühls als eine Kausalkette vorzustellen, an deren Anfang ein äußerer Reiz und an deren Ende unsere Verhaltensreaktion darauf steht. Ziel der emotionalen Aufmerksamkeit ist es, unsere Achtsamkeit in diesem Prozess, der sich im Bruchteil einer Sekunde abspielt, mit einzubringen und ihn dadurch bis zu einem gewissen Grad zu beherrschen. Stellen wir uns beispielsweise vor, eine Tür fällt krachend ins Schloss. Darauf folgt die Wahrnehmung des Reizes durch unsere Sinne. Durch Hören, Sehen, vielleicht auch Fühlen. Das Geschehen ist ursprünglich rein physischer Art und frei von jeglicher Interpretation, doch diese tritt weniger als eine tausendstel Sekunde später auf den Plan. Hier kommt oft ein Element der Projektion oder der Übertreibung ins Spiel. Das im Bruchteil einer Sekunde gefällte Urteil, so und so, habe die Tür in beleidigender Absicht zugeschlagen. Der Interpretation auf dem Fuß folgt die emotionale Reaktion, vielleicht in Form von Wut, Verärgerung oder Gereiztheit. Und schließlich stellt sich, oft ebenfalls sehr schnell, die Verhaltensreaktion ein. Wir machen unserem Ärger Luft, indem wir etwas tun oder sagen. Wenn wir diese Kausalkette erst einmal verstanden haben, geht es darum, ihren Ablauf zu unterbrechen, indem wir uns fangen und den Faktor Aufmerksamkeit in den Prozess einbringen. Im Allgemeinen ist dies anfangs am leichtesten gegen Ende des Prozesses, zwischen der emotionalen Reaktion und ihrem Ausdruck im Verhalten. Wenn wir vertrauter sind mit dem Prozess und schon ein gewisses Maß an emotionaler Aufmerksamkeit entwickelt haben, können wir uns in der Kausalkette nach vorne arbeiten, bis wir so weit sind, dass wir das destruktive Gefühl gänzlich bezwingen oder auflösen können. Im Allgemeinen halten wir Unannehmlichkeiten in jeder Form für schlecht. Für praktizierende oder spirituelle Krieger, für Menschen also mit einem gewissen Hunger nach der Wahrheit, sind Gefühle wie Enttäuschung, Verlegenheit, Irritation, Groll, Zorn, Eifersucht und Angst sehr klare Augenblicke, die uns zeigen, wo wir noch blockiert sind, wo wir noch an uns arbeiten müssen. Sie lehren uns aufzuwachen und die Situation anzunehmen, obwohl wir das Gefühl haben, dass wir zusammenbrechen oder davonlaufen wollen. Sie sind wie Boten, die uns mit erschreckender Deutlichkeit zeigen, wo genau wir festgefahren sind. Genau dieser Augenblick ist der vollkommene Leere. Und wo immer wir auch sein mögen, er ist zum Glück für uns, stets bei uns. Wir können die Situationen und Menschen, die unsere ungeklärten Angelegenheiten zum Vorschein bringen, durchaus als Chance verstehen. Wir müssen nach nichts jagen. Wir müssen nicht extra versuchen, Situationen zu schaffen, die uns an unsere Grenzen bringen. Sie stellen sich ganz von selbst ein, mit der Regelmäßigkeit eines Uhrwerks. Jeder Tag bietet uns unzählige Möglichkeiten, uns zu öffnen oder zuzumachen. Die kostbarste Gelegenheit ergibt sich dann, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir glauben, mit den Ereignissen nicht mehr fertig zu werden. Es ist einfach zu viel. Es ist zu weit gegangen. Wir fühlen uns miserabel. Es gibt keine Möglichkeit mehr, die Situation noch zu manipulieren oder ohne Gesichtsverlust aus der Angelegenheit herauszukommen. Egal, wie sehr wir es versuchen, es kann nicht mehr klappen. Das Leben hat uns festgenagelt. Es ist, als würden Sie in den Spiegel schauen und einen Gorilla sehen. Der Spiegel ist real. Er zeigt Sie, und was Sie sehen, ist erschreckend. Sie versuchen, den Spiegel etwas zu drehen, um besser auszusehen. Aber was Sie auch tun, Sie sehen immer noch wie ein Gorilla aus. Das heißt es, vom Leben festgenagelt worden zu sein. Sie befinden sich in einer Situation, die Ihnen keine andere Wahl lässt. Entweder Sie leugnen das, was ist, oder Sie umarmen es. Die meisten von uns verstehen derartige Situationen nicht als Lektion. Automatisch hassen wir sie, panisch rennen wir davon, wir versuchen es mit allen möglichen Fluchtwegen. Jede Sucht kommt letztlich aus diesem Moment, an dem wir unsere Ecken und Kanten erfahren und uns einfach nicht mehr ertragen können. Wir glauben, wir müssten diese scharfen Kanten abfeilen, sie mit etwas dämpfen, und wir werden süchtig nach allem, was den Schmerz zu lindern scheint. Tatsächlich wurzelt auch der wild gewordene Materialismus unserer Zeit in diesem Moment der Erkenntnis. Wie viele Möglichkeiten hat man sich nicht schon ausgedacht, uns von diesem Moment abzulenken, seine scharfen Kanten zu glätten, ihn abzutöten, nur damit wir die volle Gewalt des Schmerzes nicht aushalten müssen, der immer dann entsteht, wenn wir eine Situation nicht mehr so manipulieren können, dass wir gut dastehen. Meditation ist eine Einladung, die uns den Weg eröffnet, auf dem wir lernen, an unsere Grenzen zu gehen, statt uns von Erwartungen und Befürchtungen davontragen zu lassen. Durch die Meditation lernen wir, klar zu erkennen, was in unseren Gedanken und Emotionen vorgeht, und wir lernen auch, es wieder loszulassen. Das Ermutigende an der Meditation ist, selbst wenn wir uns wieder verschließen, können wir uns doch nicht mehr in Unwissenheit verschließen. Wir erkennen deutlich, dass wir zumachen. Allein dies erhält allmählich die Dunkelheit der Unwissenheit. Wir beginnen zu erkennen, wie wir davonlaufen, uns verstecken und uns beschäftigt halten, damit nur ja unser Herz nicht berührt wird. Und ebenso klar beginnen wir zu erkennen, dass wir uns genauso gut auch öffnen und entspannen könnten. Wenn wir lernen, unserer geistigen Zustände gewahr zu werden, sehen wir auch, dass es sich dabei um fest verwurzelte Gewohnheiten handelt. Die moderne Neurowissenschaft hat entdeckt, dass unsere früheren Reaktionen auf der Oberfläche der Gehirnzellen gleichsam eingraviert sind, dass sie Neuronenpfade bilden, wodurch eine neuerliche, gleichartige Reaktion wahrscheinlicher wird. Wenn wir genau aufpassen, merken wir, wie schnell unsere Reaktion auf die Erfahrung eines Augenblicks mitunter erfolgt. Meist ist es ein Schock, wenn wir feststellen, wie gewohnheitsmäßig und wenig individuell unsere Reaktionen ablaufen. Haben wir dies erst erkannt, wird uns auch klar, dass nur Achtsamkeit uns die Möglichkeit gibt, eine heilsamere Variante zu wählen. Achan Chah lehrte, wenn du Weisheit besitzt, dann ist der Kontakt mit der Erfahrung, als stündest du unter einem Mangobaum mit reifen Früchten. Wir müssen zwischen den guten und den bereits verrotteten Mangos auswählen. Natürlich ist es wichtig, denn so lernen wir, welche Früchte uns krank machen und welche uns gut tun. Achtsamkeitstraining heißt, dass wir klar erkennen, welche Früchte für uns gut sind und welche nicht. Wir behandeln angenehme und unangenehme Erfahrungen mit Achtsamkeit und lernen, dass sie uns zu einer heilsamen Reaktion verhilft. Achtsamkeit ist die Königin aller heilsamen Geisteszustände. Mit ihrer Hilfe erkennen wir, welche Geisteszustände präsent sind. Gleichzeitig schafft sie die Grundlagen für unsere natürliche Rechtschaffenheit, für Liebe, Großzügigkeit und Einfachheit. Wenn wir uns unserer geistigen Zustände bewusst sind, haben wir die Wahl, ob wir im Frieden leben oder in den Krieg ziehen wollen, ob wir im Gefängnis unserer negativen Geisteszustände leben oder diese loslassen und die Freiheit genießen wollen. Wir können die Lehmkruste abschlagen und unser inneres Gold zum Vorschein bringen. Achtsamkeit, Konzentration und Einsicht sind die Quellen des Glücks. Wenn wir achtsam auf etwas sind, beginnen wir uns wie von selbst darauf zu konzentrieren. Unsere Konzentration mehrt die Qualität des Glücks. Nehmen wir an, Sie haben eine Tasse guten Tees vor sich. Sind Sie achtsam, werden Sie sich auf Ihren Tee konzentrieren. Der Tee wird etwas sehr Reales. Die Zeit des Teetrinkens macht Sie glücklich, weil Sie nicht abgelenkt sind. Ihr Geist ist nicht in der Vergangenheit oder Zukunft oder gedanklich mit allen möglichen Projekten befasst. Der Tee ist das Objekt Ihrer Konzentration. Und darum kann das Teetrinken Sie auch so glücklich machen. Je konzentrierter Sie sind, desto größer ist Ihr Glück. Wir sind daran gewöhnt, Geld und Macht für Quellen des Glücks zu halten. Doch wir haben bereits so viele wahre Quellen des Glücks in uns, dass wir gar nicht wissen, wie wir uns an ihnen allen erfreuen können. Wenn Sie achtsam und konzentriert sind, erwächst daraus Einsicht. Sie brauchen Einsicht nicht zu erzwingen. Einsicht wird Sie glücklich machen, denn sie hat stets etwas Befreiendes. Sind Sie von Ängsten beherrscht, können Sie nicht glücklich oder freudvoll sein. Wohnen Sorgen, Verlangen oder Begierden in Ihnen, können Sie nicht friedvoll oder glücklich sein. Doch dank der nötigen Einsicht verschwinden Ängste und Begierden, und wahres Glück stellt sich ein. Gegenwärtige Aufmerksamkeit Eine weitere hilfreiche Praktik besteht darin, den Geist, wenn er durch Atemübungen entspannt ist, gewissermaßen in seinem natürlichen Zustand eines elementaren Bewusstseins, den man als gegenwärtige Aufmerksamkeit bezeichnen kann, zu belassen. Es ist wichtig, dass Sie diese Übung mit dem festen Entschluss beginnen, Ihren Geist nicht durch Gedanken daran, was in der Zukunft passieren könnte, oder durch Erinnerungen an Dinge, die sich in der Vergangenheit ereignet haben, ablenken zu lassen. Setzen Sie sich vielmehr das Ziel, sich einfach auf den gegenwärtigen Augenblick zu konzentrieren und diese Konzentration so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Bei dieser Übung sollten Sie am besten so sitzen, dass Sie auf eine Wand blicken, die keine auffälligen Farben oder Muster aufweist. Nach einigen tiefen Atemzügen lassen Sie Ihren Geist ruhen und fangen an, ihn zu beobachten. Das ist anfangs ziemlich schwierig. Im normalen Leben ist unsere geistige Welt von objektorientierten Zuständen in Form von sinnlicher Erfahrung, von Gedanken, Erinnerungen oder Ideen beherrscht. Sehr selten erleben wir einen Zustand, der nicht an einen bestimmten Inhalt gebunden ist, sondern einfach in der natürlichen Aufmerksamkeit des Geistes ruht. Wenn Sie also anfangen, diese Meditation durchzuführen, werden Sie unweigerlich feststellen, dass Ihr Geist abschweift, Gedanken und Bilder durch Ihr Bewusstsein ziehen oder unvermittelt Erinnerungen auftauchen. Wenn das passiert, verfangen Sie sich nicht in der Energie dieser Gedanken und Bilder, indem Sie versuchen, sie zu unterdrücken oder zu verstärken. Beobachten Sie sie einfach und lassen Sie sie dann weiterziehen, als wären es Wolken, die am Himmel auftauchen und wieder aus dem Blickfeld verschwinden. Mit der Zeit werden Sie beginnen, hin und wieder einen flüchtigen Blick auf den aufmerksamen Grundzustand Ihres Geistes oder anders ausgedrückt auf seine reine Leuchtkraft zu werfen. Wenn Sie diesen Weg weiterverfolgen, werden Sie immer einmal wieder kurze Phasen erleben, in denen Sie das Gefühl einer Leere oder eines Vakuums haben, weil Ihr Geist frei von jedwedem Inhalt ist. Die ersten Erfolge dieser Übung werden flüchtiger Natur sein. Aber mit Ausdauer und Beharrlichkeit können Sie Ihre anfänglichen kurzen Blicke allmählich ausweiten und zu verstehen beginnen, dass der Geist wie ein Spiegel oder wie klares Wasser ist, in dem Bilder auftauchen und verschwinden, ohne das Medium, in dem sie erscheinen, in irgendeiner Weise zu tangieren. Ein bedeutender Nutzen, den diese Übung mit sich bringt, besteht darin, dass Sie die Fähigkeit erwerben, Ihre Gedanken beobachten zu können, ohne sich in sie hineinziehen zu lassen. Wie ein unbeteiligter Zuschauer, der sich ein Schauspiel ansieht, werden Sie lernen, Ihre Gedanken als das zu betrachten, was Sie sind, nämlich Gebilde Ihres Geistes. Sehr viele Probleme entstehen daraus, dass wir in unserem naiven, ungeschulten Geisteszustand unsere Gedanken mit der realen Wirklichkeit verwechseln. Wir nehmen den Inhalt unserer Gedanken für bare Münze und bauen unsere gesamte Wahrnehmung und unsere Reaktion auf die Realität darauf auf. Indem wir das tun, binden wir uns noch fester an eine Welt, die im Wesentlichen unsere eigene Schöpfung ist, und verfangen uns darin wie ein Seil, das sich an seinen eigenen Knoten verhakt und verwickelt hat. Es gibt heute viele säkularisierte Techniken zur Entwicklung von Achtsamkeit, die erfolgreich zur Stressbewältigung und zur Behandlung von Depressionen eingesetzt werden. Soweit ich es verstanden habe, bezieht sich der Begriff Achtsamkeit in diesem Zusammenhang meist auf die Bewusstmachung unserer eigenen Verhaltensmuster, einschließlich unseres Denkens und Fühlens, sowie darauf, wie wir die Gewohnheiten, Gedanken und Gefühle, die kontraproduktiv sind, ablegen können. Im Zusammenhang mit einer ethischen Lebensführung im Alltag ist Rückbesinnung meiner Ansicht nach die wichtigste Bedeutungskomponente von Achtsamkeit. Anders gesagt ist Achtsamkeit die Fähigkeit eines Menschen, sich geistig zu sammeln und sich auf diese Weise auf seine zentralen Werte und seine innere Motivation zurückzubesinnen. Das tibetische Wort für Achtsamkeit Drenpan hat auch die Bedeutung von Erinnerung, was darauf hinweist, dass zum täglichen Handeln geistige Vergegenwärtigung gehört. Eine solche Vergegenwärtigung verringert die Wahrscheinlichkeit, dass wir unseren schlechten Gewohnheiten nachgeben und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir Dinge unterlassen, die negative Folgen haben. Rücksichtslose Müllentsorgung, verschwenderischer Umgang mit Ressourcen und Völlerei sind ganz einfache Beispiele für ein Verhalten, dem man durch Achtsamkeit entgegenwirken kann. Bewusstheit oder tibetisch Sheshin heißt, auf das eigene Verhalten zu achten. Es bedeutet, dass wir unser Verhalten im Moment des Geschehens ehrlich beobachten und uns dadurch in die Lage versetzen, es zu steuern. Indem wir uns unsere Worte und Handlungen bewusst machen, schützen wir uns davor, Dinge zu tun und zu sagen, die wir später bereuen. Es ist dem täglichen Leben also von großem praktischen Nutzen, wenn wir über die Fähigkeit verfügen, uns selbst zu beobachten, also wenn wir über eine zweite Aufmerksamkeitsebene verfügen, da wir dadurch negative Verhaltensweisen besser beherrschen und unseren inneren Motiven und Überzeugungen treu bleiben können. Eine solche Bewusstheit gegenüber unserem eigenen Verhalten, unserem Handeln, Denken und Reden, ist etwas, das wir nicht über Nacht lernen können. Es entwickelt sich vielmehr allmählich. Und in dem Maße, in dem unsere Bewusstheit zunimmt, gewinnen wir schrittweise immer mehr Kontrolle über unser Verhalten. Wir können den Pfad des Buddha auch als einen energetischen verstehen. Wir wissen, dass Achtsamkeit eine Energie ist, die wir durch unsere Praxis erzeugen. Es ist die grundlegende Praxis. Achtsamkeit ist die Energie, die uns hilft, hier zu sein, gegründet im gegenwärtigen Moment. Durch Achtsamkeit bringen wir den Geist zum Körper zurück, sodass wir wirklich präsent, wahrhaft lebendig und imstande sind, die Wunder des Lebens, die uns jetzt, in diesem Augenblick zur Verfügung stehen, zu berühren. Dank der Achtsamkeit sind wir gewahr, was in uns geschieht, sind wir unseres Glücks und unseres Leids gewahr. Die Achtsamkeit hilft uns, mit unserem Glück und unserem Leid umzugehen, wie auch mit dem Leid in der Welt. Und sie befähigt uns, für das Glück in der Welt zu wirken. Die Macht des Geistes Buddha sagt, unser ganzes Leben ist die Schöpfung unseres Geistes. Alles, was wir erleben, wissen und tun, entspringt der Geistestätigkeit. Auch wenn Geist und Körper nicht ohne einander existieren können, so hat der Geist doch die lenkende Funktion. Er verarbeitet die Eindrücke, die durch die Sinne auf der körperlichen Ebene gewonnen werden, und formt daraus Merkmale, die wir wiedererkennen und mit bestimmten Vorstellungen verknüpfen. So wissen Sie etwa, dank der Hilfe des Geistes, wenn Sie ein bestimmtes Geräusch hören, das ist die Stimme meines Bruders Max. Der Geist interpretiert aufgrund des Klangs seiner Stimme seine Gesichtszüge. Max ist jetzt glücklich. Auch Jahre nach seinem Tod können Sie ihn noch vor dem inneren Auge sehen und von ihm träumen. Obwohl wir den Geist nicht sehen, nicht anfassen und nicht räumlich zuordnen können, haben wir die Möglichkeit, ihn zu erfahren und zu beschreiben. Das Auge nimmt beispielsweise Lichtreize auf, und der Geist vereint diese zu einem vollständigen Bild. Egal, ob es sich um die Tätigkeit unseres Gehirns oder des Nervensystems, um Wissen und Wahrnehmung, um Gefühle, Erinnerungen oder Gedanken handelt, unser gesamtes nichtstoffliches Erleben geschieht im geistigen Raum. Viele Menschen betrachten ihren Geist daher auch als Ich. Doch in der buddhistischen Psychologie ist die Ich-Vorstellung nur ein Bruchteil der Vorgänge, die im Geist in ungeheurer Geschwindigkeit und Dichte ablaufen. Je genauer wir das erkennen, umso mehr wird deutlich, es gibt keine abgegrenzte Ich-Einheit, mit der wir uns identifizieren können und die es zu verteidigen gilt. Das Ich ist eine Konstruktion des Denkens, in vielen Situationen hilfreich und nötig, aber nichts, das überlebt, wenn Körper und Geist zerfallen. Im Buddhismus heißt es, dass unsere geistige Verfassung unser Dasein bestimmt. Ein glücklicher Geist bewirkt glückliche Lebenserfahrungen, ein unglücklicher Geist bewirkt unglückliche. Ganz gleich, wie die tatsächlichen Lebensumstände sind, es ist eine Frage unserer Interpretation, wie wir sie erleben. Leuchtet im Geist Licht, erscheint die Welt hell. Ist der Geist verdunkelt, sieht auch das Leben düster aus. Oft sind wir uns unserer eigenen Geistesverfassung jedoch gar nicht bewusst. Empfindungen existieren nur in der Gegenwart. Alle Regungen im Geist ebenso. Im Voraus zu fühlen, ist uns nicht möglich, auch nicht im Nachhinein. Sie spüren nur jetzt, in diesem Moment, in ihrem Körper, dass sie am Leben sind. Das sprudelnde Leben gibt es nur im Hier und Jetzt, nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft. Es ist bemerkenswert, dass wir alle ohne Probleme achtsam sein können, wenn wir uns nur regelmäßig daran erinnern und es nicht ständig wieder vergessen. In der Achtsamkeitsübung wurde schon erwähnt, dass sie tagsüber immer wieder auf sich selbst zurückkommen sollten. Die große Aufgabe bei der Achtsamkeitsübung besteht darin, sich immer und immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, du wolltest doch achtsam sein. Achtsamkeit ermöglicht es, alle Erfahrungen, Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen erst einmal nur zu registrieren, ganz bewusst, jedoch ohne diese zu bewerten. Ihr Leben gewinnt an Intensität dadurch, dass sie in jedem Augenblick ganz gegenwärtig sind. Unachtsames Leben dagegen findet in unbewussten Reaktionsketten statt, wirkt unbeweglich und unflexibel. Da ist beispielsweise die Verkäuferin, die in Gedanken ganz woanders weilt und den Kohlkopf auf die Weintrauben in ihrer Einkaufstüte legt. Sie gibt ihnen die falsche Summe Wechselgeld und sagt, das war keine Absicht und sie glauben ihr das und ärgern sich trotzdem. Wie unangenehm ist auch der Nachbar, der bei jeder Gelegenheit denselben Spruch über berufstätige Rabenmütter klopft und gar nicht merkt, wie unglücklich seine Frau mit ihrer Rolle als Hausfrau ist. Die Kunst des achtsamen Lebens Das 20. Jahrhundert war ein Jahrhundert der Massengewalt und des beispiellosen Blutvergießens. Mithilfe der technologischen Entwicklung hat der Mensch heute weitgehend die Macht erlangt, die Natur zu unterwerfen. Wir haben sogar angefangen, in die Chemie des Lebens einzugreifen, um sie für unsere Zwecke anzupassen. Zur gleichen Zeit sind wir, trotz neuer und schnellerer Kommunikationsmöglichkeiten, immer einsamer geworden. Viele von uns haben kein spirituelles Vertrauen mehr. Ohne spirituelle Grundlage leben wir nur mit dem Wunsch, unserem privaten Vergnügen zu frönen. Wir glauben nicht länger an irgendwelche Ideale oder Glaubensrichtungen und viele proklamieren, dass Gott tot sei. Ohne Ideale und eine Ausrichtung, die wir unserem Leben geben können, sind wir entwurzelt. Es fehlt uns die Verbindung zu unseren spirituellen Traditionen, unseren Vorfahren, unserer Familie und unserer Gesellschaft. Viele von uns geben sich einem Leben hin, das konsumorientiert und selbstzerstörerisch ist. Während des 20. Jahrhunderts sind aber auch viele Samen der Weisheit gesät worden. Die Wissenschaft, insbesondere die Physik und die Biologie, haben die Natur des Miteinanderverbundenseins, des Interseins, des Nicht-Selbst entdeckt. Auf dem Gebiet der Psychologie und der Soziologie ist man zu ähnlichen Einsichten gelangt. Wir wissen, dass wir entweder zusammen leben oder zusammen sterben werden und dass ohne Verständnis füreinander Liebe unmöglich ist. Wenn wir fähig sind, diese positiven Entwicklungen des Wissens und Handelns zu fördern, werden sie zu einer hellen Fackel der Einsicht werden, die der Menschheit den rechten Weg weisen kann. Die Kunst des achtsamen Lebens, wie sie ganz konkret in den fünf Übungen der Achtsamkeit vorgeschlagen wird, kann der Ausweg für uns alle sein. Die Übungen geben uns eine Ausrichtung für das 21. Jahrhundert. Wenn wir zu unseren eigenen spirituellen Wurzeln zurückkehren, werden wir entsprechende Werte und Einsichten auch dort finden oder wiederherstellen können. Dies ist eine dringliche Aufgabe, die uns alle betrifft. Achtsamkeit im gegenwärtigen Moment zu üben, ist die Basis, um Frieden zu schaffen und aufrecht zu erhalten. Ein Mangel an Achtsamkeit beschert uns viel Leid in unserem täglichen Leben. Vielleicht benötigen wir so etwas wie ein Zwölf-Punkte-Programm, um dieses Leid zu überwinden. Die fünf Achtsamkeitsübungen anzunehmen und sie zu praktizieren, ist ein Ein-Punkte-Programm. Und das ist noch viel einfacher. Sie sind die Grundlage, um mit anderen zu kommunizieren. Sie sind Bestandteil einer friedlichen Koexistenz unter Menschen, aber auch unter den verschiedenen Nationen. Wir wissen, dass unsere Gesellschaft krank ist. Die Achtsamkeitsübungen zu praktizieren, ist eine gute Medizin, die uns und unsere Familien schützen und unser Glück sichern kann. Die buddhistischen Achtsamkeitsübungen sind keine Gebote. Sie sind Manifestationen der Achtsamkeit. Wenn wir achtsam sind, handeln wir auch verantwortlich. Wir sollten uns von niemandem etwas auferlegen lassen. Wir sind freie Menschen und tun nur das, was wir wirklich wollen. Die Übungswege sind keine Gebote oder Richtlinien, die uns unser Verhalten diktieren. Wir brauchen keinen sorgfältig ausgearbeiteten Verhaltenskodex. Achtsamkeit ist völlig ausreichend. Achtsamkeit ist die Fackel, die uns den Weg erhält. Die erste Achtsamkeitsübung Achtung vor dem Leben Im Bewusstsein des Leidens, das durch die Zerstörung von Leben entsteht, bin ich entschlossen, Mitgefühl zu kultivieren und Wege zu erlernen, das Leben von Menschen, Tieren, Pflanzen und Mineralien zu schützen. Ich bin entschlossen, nicht zu töten, es nicht zuzulassen, dass andere töten und keine Form des Tötens zu unterstützen, weder in der Welt noch in meinem Denken oder in meiner Lebensweise. Die zweite Achtsamkeitsübung Großzügigkeit Im Bewusstsein des Leidens, das durch Ausbeutung, soziale Ungerechtigkeit, Diebstahl und Unterdrückung entsteht, bin ich entschlossen, liebende Güte zu kultivieren und Wege zu erlernen, für das Wohlergehen von Menschen, Tieren, Pflanzen und Mineralien tätig zu sein. Ich will Großzügigkeit praktizieren, indem ich meine Zeit, Energie und materiellen Mittel mit denen teile, die sie wirklich brauchen. Ich bin entschlossen, nicht zu stehlen und nichts zu besitzen, was anderen zusteht. Ich will das Eigentum anderer achten, aber auch andere davon abhalten, sich an menschlichem Leiden oder dem Leiden anderer Lebensformen auf der Erde zu bereichern. Die dritte Achtsamkeitsübung Sexuelle Verantwortung Im Bewusstsein des Leidens, das durch sexuelles Fehlverhalten entsteht, bin ich entschlossen, Verantwortungsgefühl zu kultivieren und Wege zu erlernen, die Sicherheit und Integrität von Individuen, Paaren, Familien und der Gesellschaft zu schützen. Ich bin entschlossen, keine sexuelle Beziehung einzugehen ohne Liebe und die Bereitschaft zu einer langfristigen und verantwortlichen Bindung. Um mein eigenes Glück und das der anderen zu bewahren, bin ich entschlossen, meine Bindungen und die anderer zu respektieren. Ich will alles tun, was in meiner Macht steht, um Kinder vor sexuellem Missbrauch zu schützen und um zu verhindern, dass Paare und Familien durch sexuelles Fehlverhalten auseinanderbrechen. Die vierte Achtsamkeitsübung Aufmerksames Zuhören und liebevolles Sprechen Im Bewusstsein des Leidens, das durch unachtsame Rede und aus der Unfähigkeit anderen zuzuhören entsteht, bin ich entschlossen, liebevolles Sprechen und tiefes Zuhören zu kultivieren, um anderen Freude und Glück zu bereiten und ihr Leiden lindern zu helfen. Im Wissen, dass Worte sowohl Glück als auch Leiden hervorrufen können, bin ich entschlossen, nichts Unwahres zu sagen und Worte zu gebrauchen, die Selbstvertrauen, Freude und Hoffnung fördern. Ich werde keine Nachrichten verbreiten, ohne ganz sicher zu sein, dass sie der Wahrheit entsprechen und werde nichts kritisieren oder verurteilen, worüber ich nichts Genaues weiß. Ich will Äußerungen unterlassen, die Uneinigkeit oder Zwietracht verursachen können oder dazu führen können, dass Familien oder Gemeinschaften zerbrechen. Ich bin entschlossen, alle Anstrengungen zur Versöhnung und Lösung aller Konflikte zu unternehmen, so klein sie auch sein mögen. Die fünfte Achtsamkeitsübung Achtsamer Umgang mit Konsumgütern Im Bewusstsein des Leidens, das durch unachtsamen Umgang mit Konsumgütern entsteht, bin ich entschlossen, auf körperliche und geistige Gesundheit zu achten, sowohl meine eigene als auch die meiner Familie und meiner Gesellschaft, indem ich achtsames Essen, Trinken und Konsumieren praktiziere. Ich will nur das zu mir nehmen, was den Frieden, das Wohlbefinden und die Freude in meinem Körper, meinem Bewusstsein und im kollektiven Körper und Bewusstsein meiner Familie und Gesellschaft erhält. Ich bin entschlossen, weder Alkohol noch andere Rauschmittel zu mir zu nehmen und keine Nahrungsmittel oder andere Dinge zu konsumieren, die Gifte enthalten, wie zum Beispiel bestimmte Fernsehprogramme, Zeitschriften, Bücher, Filme und Gespräche. Ich bin mir bewusst, dass ich das Vertrauen meiner Vorfahren, meiner Eltern meiner Gesellschaft und zukünftiger Generationen missbrauche, wenn ich meinen Körper oder mein Bewusstsein derart schädigenden Einflüssen aussetze. Ich werde daran arbeiten, Gewalt, Angst, Ärger und Verwirrung in mir selbst und in der Gesellschaft zu transformieren, indem ich angemessene körperliche und geistige Nahrung zu mir nehme. Ich weiß, dass eine bewusste Lebensweise entscheidend ist für meine eigene Veränderung und für die Veränderung und für die Veränderung der Gesellschaft. Uns achtsam, unseren Sorgen und Ängsten oder denen andere Menschen zuzuwenden, ist mutig. Es ist alles andere als leicht. Manchmal vergessen wir, dass auch der Buddha engste Ausstand. Wie wäre es, wenn ich bei Neumond, wenn kein Licht mehr scheint, die seltsamsten und erschreckendsten Orte aufsuchen müsste, Friedhöfe oder den dichten Wald, um Angst und Furcht zu verstehen. Und wenn dann ein wildes Tier käme oder der Wind die Blätter bewegte, dann würde ich denken, vielleicht kommen ja jetzt Angst und Furcht. Da ich aber entschlossen wäre, den Klammergriff dieser Angst und dieser Furcht zu brechen, würde ich bleiben, wie ich bin, sitzend oder stehend, liegend oder gehend. Ich bliebe liegen, bis ich die Angst und die Furcht in eben dieser Stellung überwunden hätte, bis ich frei von ihrem Zugriff wäre. Gesagt, getan, ich stellte mich der Furcht und der Angst und erlangte so die Freiheit. Achtsamkeit und Erfahrung schließen sich gegenseitig nicht aus. Vielmehr nimmt Achtsamkeit die Erfahrung zum Lehrer. Einer meiner Schüler, der unter schwerem Asthma litt, lernte, die Aufmerksamkeit auf seinen Atem zu lenken. Er machte sich den Stress seines Körpers bewusst und übte Geduld, bis sich die Muskeln in Kehle und Brustkorb wieder entspannt hatten. Auf diese Weise gelang es ihm, die Anfälle zu verringern. Ein anderer Freund, der sich wegen einer Krebserkrankung in Behandlung befand, nutzte Achtsamkeit im Umgang mit seiner Angst vor Schmerzen und ließ bei der Chemotherapie auch liebende Güte in seinen Körper einfließen. Achtsamkeit verhalf einem Lokalpolitiker zu mehr Mut im Umgang mit seinen Gegnern. Eine völlig aufgelöste, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern im Vorschulalter lernte, wie sie ihre eigene Spannung feststellen konnte. So erkannte sie, wann sie sich überfordert fühlte und öffnete sich, so dass sie mehr Achtung sich selbst und ihren Jungs gegenüber empfand. Jeder dieser Praktizierenden lernte, Achtsamkeit als Mittel zur Lebensbewältigung einzusetzen. Wie der Buddha im Wald, so fanden sie in der Achtsamkeit Heilung und Freiheit. Gewissenhaftigkeit, Achtsamkeit und Bewusstheit So wie es einem Schreiner nicht einfallen würde, einen Stuhl zu reparieren, ohne Hammer, Meißel und Säge bereitzuhalten, benötigen wir eine Grundausrüstung an Werkzeugen, die uns bei unserem täglichen Bemühen, ein ethisches Leben zu führen, unterstützen. In der buddhistischen Tradition werden diese Werkzeuge als drei miteinander verknüpfte Faktoren beschrieben, die als Gewissenhaftigkeit, Achtsamkeit und nach innen gerichtete Bewusstheit bekannt sind. Diese drei Begriffe können auch im säkularen Kontext nützlich sein. Zusammengenommen können sie uns helfen, im täglichen Leben auf unsere Kerntugenden zu achten und sie können uns in unserem Verhalten im Alltag so leiten, dass es stärker im Einklang ist, mit dem Ziel, uns selbst und anderen Gutes zu tun. Gewissenhaftigkeit, der erste der drei Begriffe, bezieht sich auf eine allgemeine Geisteshaltung der Sorgfalt. Wenn bei einem Menschen beispielsweise Diabetes diagnostiziert wird, so wird ihm der Arzt sagen, dass er sehr genau auf seine Ernährung achten muss. Er darf keinen Zucker und keine zu starke salzene oder zu fettreiche Nahrung zu sich nehmen, damit sein Blutdruck und sein Insulinspiegel nicht außer Kontrolle geraten. Der Arzt wird ihn darauf hinweisen, dass er schwere gesundheitliche Schäden riskiert, wenn er sich nicht an die Ernährungsvorschriften hält. Ein Patient, dem seine Gesundheit am Herzen liegt, wird dem ärztlichen Rat folgen und genauestens auf seine Ernährung achten. Wenn er in Versuchung gerät, etwas zu essen, das ihm eigentlich verboten ist, wird ihm die vorsichtige Haltung, die er sich zu eigen gemacht hat, den Verzicht erleichtern. In einem klassischen buddhistischen Text wird der Begriff der Gewissenhaftigkeit anhand einer Geschichte erläutert. Ein Mann, der wegen eines Verbrechens verurteilt wurde, muss auf Befehl des Königs eine randvoll mit Sesamöl gefüllte Schale tragen, während neben ihm ein Wachposten mit blankgezogenem Schwert geht. Dem Verurteilten wird angedroht, dass er mit dem Schwert erschlagen wird, wenn er auch nur einen einzigen Tropfen Öl vergießt. Man kann sich vorstellen, wie vorsichtig und wachsam der Verurteilte sein wird. Er wird vollkommen konzentriert und im höchsten Maße aufmerksam sein. Die Geschichte macht deutlich, wie eng Gewissenhaftigkeit mit den beiden Faktoren Achtsamkeit und Bewusstheit verbunden ist, die im Folgenden beschrieben werden. Es gibt heute viele säkularisierte Techniken zur Entwicklung von Achtsamkeit, die erfolgreich zur Stressbewältigung und zur Behandlung von Depressionen eingesetzt werden. Soweit ich es verstanden habe, bezieht sich der Begriff Achtsamkeit in diesem Zusammenhang meist auf die Bewusstmachung unserer eigenen Verhaltensmuster, einschließlich unseres Denkens und Fühlens, sowie darauf, wie wir die Gewohnheiten, Gedanken und Gefühle, die kontraproduktiv sind, ablegen können. Im Zusammenhang mit einer ethischen Lebensführung im Alltag ist Rückbesinnung meiner Ansicht nach die wichtigste Bedeutungskomponente von Achtsamkeit. Anders gesagt ist Achtsamkeit die Fähigkeit eines Menschen, sich geistig zu sammeln und sich auf diese Weise auf seine zentralen Werte und seine innere Motivation zurückzubesinnen. Das tibetische Wort für Achtsamkeit Drenpa hat auch die Bedeutung von Erinnerung, was darauf hinweist, dass zum täglichen Handeln geistige Vergegenwärtigung gehört. Eine solche Vergegenwärtigung verringert die Wahrscheinlichkeit, dass wir unseren schlechten Gewohnheiten nachgeben und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir Dinge unterlassen, die negative Folgen haben. Rücksichtslose Müllentsorgung, verschwenderischer Umgang mit Ressourcen und Völlerei sind ganz einfache Beispiele für ein Verhalten, dem man durch Achtsamkeit entgegenwirken kann. Bewusstheit oder tibetisch Sheshin heißt, auf das eigene Verhalten zu achten. Es bedeutet, dass wir unser Verhalten im Moment des Geschehens ehrlich beobachten und uns dadurch in die Lage versetzen, es zu steuern. Indem wir uns unsere Worte und Handlungen bewusst machen, schützen wir uns davor, Dinge zu tun und zu sagen, die wir später bereuen. Es ist dem täglichen Leben also von großem praktischen Nutzen, wenn wir über die Fähigkeit verfügen, uns selbst zu beobachten, also wenn wir über eine zweite Aufmerksamkeitsebene verfügen, da wir dadurch negative Verhaltensweisen besser beherrschen und unseren inneren Motiven und Überzeugungen treu bleiben können. Eine solche Bewusstheit gegenüber unserem eigenen Verhalten, unserem Handeln, Denken und Reden, ist etwas, das wir nicht über Nacht lernen können. Es entwickelt sich vielmehr allmählich und in dem Maße, in dem unsere Bewusstheit zunimmt, gewinnen wir schrittweise immer mehr Kontrolle über unser Verhalten. Manche Hörer erinnert dieses geistige Werkzeug vielleicht an den Ratschlag Hör auf dein Gewissen, der in vielen religiösen Vorstellungen von ethischer Lebensführung eine wichtige Rolle spielt. Aus säkularer Sicht begreifen wir das Gewissen womöglich als Produkt unserer biologischen Veranlagung, als soziale Tiere oder aber als etwas, das wir durch unser familiäres und soziales Umfeld erwerben. Wie dem auch sei, jeder klar und verantwortlich denkende Mensch wird sicher bestätigen, dass das Gewissen in Bezug auf unser Moralempfinden eine zentrale Rolle spielt. Sich in Bewusstheit zu üben und auf sein Gewissen zu hören ist jedoch nicht das gleiche. Dem buddhistischen Ethikkonzept ist die Vorstellung vom Gewissen als eigenständige geistige Fähigkeit fremd. Aber unabhängig davon ist es wichtig, dass wir uns pflichtbewusst und unserem Gewissen entsprechend verhalten. Ein so verstandenes Pflichtbewusstsein lässt sich mit zwei grundlegenden geistigen Eigenschaften, nämlich Selbstachtung und Rücksichtnahme auf andere beschreiben. Erstere, die Selbstachtung, beinhaltet ein Gefühl persönlicher Integrität, das Selbstbild eines Menschen, der bestimmte Werte hochhält. Wenn wir also versucht sind, etwas Schädigendes zu tun, fungiert unser Selbstbild als Kontrollinstanz, die uns sagt, das schickt sich nicht für mich. Die zweite geistige Eigenschaft Rücksichtnahme auf andere beinhaltet, dass man einen gesunden Respekt vor der Meinung anderer hat, insbesondere vor ihrem möglichen Missfallen. Gemeinsam geben uns die beiden Faktoren ein zusätzliches Instrument an die Hand, das uns gegenüber einem falschen Handeln sensibilisiert und so als moralische Orientierungshilfe dienen kann. Der Buddha war bereits bei seiner ersten Belehrung, die er seinen ersten Schülern gab, sehr klar und praxisbezogen in Bezug darauf, wie wir unsere individuellen als auch gemeinschaftlichen Probleme umzuwandeln vermögen. Er konzentrierte sich darauf, wie wir die Lehren im alltäglichen Leben umsetzen können. Das ist Ethik. Die Praxis, das sich in etwas üben, ist dabei zentral, denn dadurch entstehen Achtsamkeit, Konzentration und Einsicht. Diese drei Energien sind die Grundlage aller buddhistischen Praxis und aller buddhistischen Ethik. Wir können nicht über Ethik sprechen, ohne von diesen drei Energien zu sprechen. Achtsamkeit, Konzentration und Einsicht helfen uns, einen Pfad zu schaffen, der zu Frieden und Glück, Transformation und Heilung führt. Es ist sehr wichtig, dass wir Ethik nicht als etwas Abstraktes auffassen, sondern als etwas Lebenspraktisches. Unsere Einsicht leitet und hilft uns, Mitgefühl, Verstehen, Harmonie und Frieden für uns und die Welt aufzubringen. Wird die Achtsamkeit des Atems entwickelt und gepflegt, so ist sie von großem Gewinn und Nutzen. Wird die Achtsamkeit des Atems entwickelt und gepflegt, bringt sie die vier Grundlagen der Achtsamkeit hervor. Werden die vier Grundlagen entwickelt und gepflegt, bringen sie die sieben Erleuchtungsglieder hervor. Werden die sieben Erleuchtungsglieder entwickelt und gepflegt, führen sie zu wahrer Erkenntnis und Befreiung. Die Atemübung Was ist die Achtsamkeit bei Ein- und Ausatmung? Da begibt sich der Mönch in den Wald, an den Fuß eines Baumes oder an eine leere Behausung. Mit gekreuzten Beinen setzt er sich nieder, den Körper gerade aufgerichtet und heftet seine Achtsamkeit vor sich. Achtsam atmet er ein, achtsam atmet er aus. Atmet er lang ein, so weiß er, ich atme lang ein. Atmet er lang aus, so weiß er, ich atme lang aus. Atmet er kurz ein, so weiß er, ich atme kurz ein. Atmet er kurz aus, so weiß er, ich atme kurz aus. Den ganzen Körper klarempfindend will ich einatmen, so übt er sich. Den ganzen Körper klarempfindend will ich ausatmen, so übt er sich. Die Körperbildung beruhigend will ich einatmen, so übt er sich. Die ganze Körperbildung beruhigend will ich ausatmen, so übt er sich. Die Verzückung klarempfindend will ich einatmen, so übt er sich. Die Verzückung klarempfindend will ich ausatmen, so übt er sich. Den Geist klarempfindend will ich einatmen, den Geist klarempfindend will ich ausatmen, so übt er sich. Den Geist erheiternd will ich einatmen, so übt er sich. Den Geist erheiternd will ich ausatmen, so übt er sich. Den Geist sammelnd will ich einatmen, so übt er sich. Den Geist befreiend will ich einatmen, so übt er sich. Den Geist befreiend will ich ausatmen, so übt er sich. Die Vergänglichkeit betrachtend will ich einatmen, so übt er sich. Die Erlöschung betrachtend will ich ausatmen, so übt er sich. Die Erlöschung betrachtend will ich ausatmen. Unser Atem Einatmend weiß ich, dass ich einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich ausatme. Das Objekt unserer Achtsamkeit ist unser Ein- und Ausatmen. Wir identifizieren unser Einatmen als Einatmen und unser Ausatmen als Ausatmen. Wir können sagen Ein- und Aus, während wir Ein- und Ausatmen. Diese Worte sind keine Konzepte. Sie sind Instrumente, die uns helfen, unsere Achtsamkeit zu halten. Wir beobachten die Wirklichkeit unserer Einatmung während ihrer ganzen Dauer. Wir bleiben in dieser Zeit ganz mit unserem Atem zusammen. Wir müssen keine zusätzliche Anstrengung unternehmen, um in unserem Denken innezuhalten. Wenn wir uns hundertprozentig auf unser Einatmen konzentrieren, dann wird sich das Denken von ganz alleine beruhigen. Wir genießen einfach unser Atmen. Wenn die Praxis angenehm ist, wird Konzentration ganz einfach und tiefe Einsicht wird möglich. Achtsamkeit, Konzentration und Einsicht gehen immer Hand in Hand. Die Atmung geschieht ganz von selbst. Entzünden wir lediglich das Licht der Achtsamkeit dafür und beleuchten wir damit unseren Atem. Wir modifizieren unseren Atem nicht, wir lenken ihn nicht oder geben ihm die Form, von der wir glauben, dass sie die richtige oder dass sie erwünscht sei. Wenn unser Einatmen kurz ist, lassen wir es kurz sein. Wenn unser Ausatmen lang ist, dann lassen wir es lang sein. Nach einigen Minuten der Praxis werden wir eine Verbesserung in der Qualität des Atmens wahrnehmen und ein Gefühl des Wohlbefindens wird sich einstellen. Wir richten unsere Aufmerksamkeit so lange wie möglich auf den Atem und lassen nicht zu, dass irgendwelche Ablenkungen den Strom unseres Gewahrseins unterbrechen. In der täglichen Meditationspraxis werden wir schnell feststellen, wie schwer das ist. Sobald wir versuchen, die Aufmerksamkeit auf unserer Atmung ruhen zu lassen, fangen wir an, uns wegen der Schmerzen in den Beinen Gedanken zu machen. Sobald wir versuchen, alle ablenkenden Gedanken abzustellen, kommen uns anfallsartig tausende Dinge in den Sinn. Erinnerungen, Erinnerungen, Pläne, Hoffnungen, Ängste. Und eins davon fesselt unsere Aufmerksamkeit, so dass wir nach einiger Zeit bemerken müssen, dass wir unsere Atmung völlig aus den Augen verloren haben. Mit frischer Entschlossenheit beginnen wir wieder von vorn, nur um wenig später zu erkennen, dass unser Geist wieder einmal abgedriftet ist, ohne dass wir es bemerkt haben. Sobald wir anfangen, uns in Achtsamkeit zu üben, wird sehr schnell, sehr klar, dass unser Geist tatsächlich völlig außer Kontrolle ist. Wie ein verzogenes Kind, das nach dem einen Spielzeug verlangt, dessen überdrüssig wird und dann noch eins und noch eins will, springt unser Geist von einem Gedanken, von einem Objekt der Aufmerksamkeit zum nächsten. Die Achtsamkeit anknipsen Beim achtsamen Atmen sollten wir uns nicht um die Einatmung bemühen, sollten uns nicht anstrengen. Atmen wir ganz natürlich. Wir atmen ohnehin ein, warum sollten wir uns also vornehmen, einzuatmen? Achten wir lediglich auf unseren Atem, erlauben wir ihm so zu sein, wie er ist. Gott, seien wir ganz liebevoll, umarmen wir unseren Atem mit unserer Achtsamkeit. Wenn wir jemanden lieben, werden wir ihm oder ihr erlauben, einfach zu sein. Wir werden nicht sagen, wenn du das nicht tust, werde ich dich nicht lieben, oder nur wenn du so oder so bist, kann ich dich lieben. Lassen wir auch unseren Atem einfach nur sein. Umarmen wir ihn mit der Energie der Achtsamkeit. Einatmend weiß ich, dass ich einatme, das ist alles. Die Wirkung wird immens sein. In kürzester Zeit wird sich die Art unseres Atmens verändern. Es ist so wie bei einem unruhigen Baby, das um sich schlägt, weint, zittert. Wir werden nicht sagen, nun hör doch auf, weine nicht, sei nicht aufgeregt. Wir werden das Baby nicht dazu zwingen, sich so zu verhalten, wie wir es möchten. Wir werden es in den Arm nehmen und halten. Wenn Zärtlichkeit, Liebe und Sorge in uns aufsteigen, wird diese Energie ganz natürlich das Baby erreichen und eine Veränderung bewirken. In der Sitzmeditation sollten wir genauso vorgehen. Wir kämpfen nicht dabei. Wir sitzen in einer entspannten Haltung. Wir lächeln, lassen los. Können Sie sich daran erinnern, wie es ist, wenn Sie fernsehen? Sie können mühelos eine Stunde oder zwei oder noch länger sitzen. Sie klagen nicht, dass Sie Schmerzen in Ihren Schultern oder Armen haben. Warum imitieren wir in der Sitzmeditation nicht die Art und Weise, wie wir vor dem Fernseher sitzen? Der Schlüssel heißt anstrengungslos. Tatsächlich ist dies eine Praxis, die ich als gute Möglichkeit sehe, sich auszuruhmen. Die Meditationstechnik, die Chökyam Trungpa Rinpoche seine Schülerinnen und Schüler lehrte, nennt sich Shamatha-Vipassana-Meditation. Als Trungpa Rinpoche im Westen zu lehren begann, empfahl er seinen Schülern, ihren Geist zu öffnen und sich zu entspannen. Wenn sie von Gedanken abgelenkt würden, so sagte er, sollten sie die Gedanken sich einfach wieder auflösen lassen und in den offenen, entspannten Geisteszustand zurückkehren. Nach einigen Jahren erkannte Rinpoche, dass einige Schüler mit dieser einfachen Anweisung überfordert waren und ein bisschen mehr formelle Technik brauchten, um Fortschritte zu machen. Daher begann er, seine Anweisungen etwas abzuwandeln, allerdings ohne die eigentliche Absicht der Meditation zu verändern. Er betonte die korrekte Sitzhaltung stärker und lehrte die Aufmerksamkeit, sehr entspannt auf das Ausatmen zu richten. Später erklärte er, dass er die Übung mit dem Ausatmen deshalb gewählt habe, Er legte großen Wert darauf, dass es sich um ein natürliches Ausatmen handeln müsse, der Atem also in keiner Weise manipuliert werden dürfe. Die Aufmerksamkeit oder Achtsamkeit soll sehr sanft sein, den Atem nur eben leicht berühren und ihn sofort wieder loslassen. Nur etwa 25 Prozent der Aufmerksamkeit sollen beim Atem sein, so dass man sich seiner Umgebung noch bewusst ist und keine hinderliche Störung der Meditation in ihr sieht. Viele Jahre später benutzte er eine humorvolle Analogie, in der er den Meditierenden mit jemandem verglich, der einen teuren Anzug trägt und einen Löffel Wasser hält. Man könne sehr wohl ganz glücklich in vollem Bewusstsein seines Anzugs dasitzen, ohne sich von dem Löffel voll Wasser in der Hand ablenken zu lassen. Es geht nur darum, nicht zu versuchen, irgendeinen besonderen Zustand zu erreichen oder die Klänge und Bewegungen des Alltags zu transzendieren. Stattdessen wurden wir aufgefordert, uns immer mehr mit unserer Umgebung zu versöhnen und die Welt um uns herum, so wie ihre in jedem Augenblick sichtbare, gewöhnliche Wahrheit, immer mehr schätzen zu lernen. Die meisten Meditationstechniken beinhalten ein Meditationsobjekt, etwas, zu dem die Aufmerksamkeit immer und immer wieder zurückkehrt, gleichgültig, was einem in den Sinn kommt. Durch Regen, Hagel und Schnee, in schönem wie in schlechtem Wetter, kehrt man immer wieder zum Objekt der Meditation zurück. In diesem Fall ist das Objekt unserer Ausatmung, das flüchtige, stetig sich verändernde, ungreifbare und doch immer wieder neu entstehende Ausatmen. Das Einatmen ist nichts als eine Pause oder Lücke. Es gibt nichts weiter zu tun, als auf das nächste Ausatmen zu warten. Ich habe diese Technik einmal einer Freundin erklärt, die viele Jahre mit einer sehr konzentrierten Meditation auf sowohl das Ein- als auch das Ausatmen und andere Objekte geübt hatte. Auf meine Erklärung rief sie aus, aber das ist unmöglich, niemand kann so üben, da bleibt ja ein ganzer Bereich ohne spezielles Objekt für die Achtsamkeit. Damals habe ich zum ersten Mal verstanden, dass in Rinpoches Anweisung die Möglichkeit zum Loslassen bereits eingebaut war. Ich hatte Zen-Lehrer sagen hören, Meditation sei die Bereitschaft, immer und immer wieder zu sterben. Und hier hatten wir es. Bei jedem Ausströmen des Atems und seiner Auflösung im Raum bot sich die Gelegenheit, für alles Vorangegangene zu sterben und sich zu entspannen, statt wie gewohnt in Panik zu geraten. Rinpoche bat uns, im Zusammenhang mit Meditation nicht von Konzentration zu sprechen, sondern geschmeidigere Ausdrücke zu finden. Wir rieten also den Schülern, den Ausatmen zu berühren und loszulassen, oder die Aufmerksamkeit leicht und sanft auf dem Ausatmen ruhen zu lassen, oder mit dem Atem eins zu werden, während er sich nach außen entspannt. Die Grundlage war natürlich weiterhin, sich zu öffnen und zu entspannen, ohne etwas hinzuzufügen, ohne Konzepte zu bilden, sondern immer wieder zurückzukehren zum Geist, wie er ist. Klar, licht und frisch. Nach einiger Zeit verfeinerte Rinpoche die Anweisung noch ein bisschen weiter. Er forderte uns auf, unsere Gedanken als Denken zu benennen. Wir saßen da mit unserer Konzentration auf das Ausatmen, und bevor wir wussten, wie uns geschah, verloren wir die Konzentration und unmerklich waren wir in eine völlig andere Welt von Plänen, Sorgen, Fantasien geraten, eine ganz und gar aus Gedanken bestehende Welt. In dem Augenblick, in dem wir unser Abschweifen bemerkten, so lautete die Anweisung, sollten wir Denken zu uns selbst sagen und ohne ein Drama daraus zu machen, wieder zum Ausatmen zurückkehren. Jemand hat aus dieser Art zu üben einen Tanz choreografiert. Der Tänzer kam auf die Bühne und setzte sich in die Meditationshaltung. Nach einigen Sekunden kamen ihm leidenschaftliche Gedanken. Der Tänzer drückte den Prozess aus, indem er wilder und wilder tanzte, während aus dem Funken des Begehrens allmählich eine ausgewachsene sexuelle Fantasie wurde. Dann erklang ein Glöckchen und eine ruhige Stimme sagte, Denken. Der Tänzer kehrte wieder in seine Meditationshaltung zurück. Etwa fünf Sekunden später begann der Tanz des Zorns. Wieder begann alles mit einer winzigen Irritation, die in immer wildere Fantasien explodierte. Danach kam der Tanz der Einsamkeit, dann der Tanz der Benommenheit und jedes Mal erklang das Glöckchen, die ruhige Stimme sagte, Denken und der Tänzer entspannte sich wieder, jedes Mal ein bisschen länger, in den immer fühlbarer werdenden Frieden und die Offenheit des einfachen Sitzens. Wählen Sie zunächst einen passenden Ort für Ihre regelmäßige Meditation aus. Legen Sie dort Ihr Meditationskissen aus oder stellen Sie einen bequemen Stuhl hin. Alles, was diesen Ort zu einem heiligen, einem besonderen Platz macht, sollten Sie nutzen. Bücher, Bilder und so weiter. Dann entscheiden Sie sich für eine bestimmte Zeit, die gut zu Ihrem Rhythmus passt. Wenn Sie ein Morgenmensch sind, sollten Sie vor dem Frühstück meditieren. Passt der Abend besser zu Ihnen und Ihrem üblichen Tagesablauf, dann meditieren Sie eben am Abend. Sitzen Sie zunächst nur zehn oder zwanzig Minuten am Stück. Sie können später mehr oder öfter sitzen. Die tägliche Meditation ist wie das Zähneputzen oder Duschen. Es reinigt regelmäßig Herz und Geist. Ob Sie sich nun für einen Stuhl oder ein Kissen entschieden haben, Sie sollten auf jeden Fall aufrecht sitzen. Ihr Körper sollte guten Kontakt zur Erde haben. Die Hände ruhen locker auf den Oberschenkeln, im Schoß oder wo Sie es angenehm finden. Ihr Herz ist weich. Ihre Augen sind sanft geschlossen. Spüren Sie Ihren Körper und lassen Sie alle Spannungen abfließen. Ihren gewohnheitsmäßigen Gedanken und Plänen schenken Sie keine Aufmerksamkeit. Nun richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Empfindungen, die Ihr Atemstrom mit sich bringt. Atmen Sie einige Male tief ein und aus, um festzustellen, wo Sie Ihren Atem am deutlichsten spüren. Als Kühle oder Kitzeln in den Nasenlöchern oder im Hals, als Bewegung des Brustkorbs, als Heben und Senken der Bauchdecke. Lassen Sie Ihren Atem ganz natürlich ein- und ausströmen. Spüren Sie, wo sich Ihr Atem bemerkbar macht. Entspannen Sie sich in jeden Atemzug hinein, während Sie ihn spüren. Nach einigen Atemzügen wird vermutlich Ihre Aufmerksamkeit anfangen, herumzuschweifen. Ganz egal, wie lange Sie unterwegs waren, kehren Sie einfach wieder zum Atem zurück, sobald Sie sich dessen bewusst werden. Bevor Sie zurückkehren, vermerken Sie ohne besonderes Engagement mit einem Wort, wohin Ihr Geist abgewandert ist. Denken, herumschweifen, hören, kitzeln. Nachdem Sie lautlos benannt haben, was Ihr Geist erfahren hat, entspannen Sie sich und fühlen Sie den nächsten Atemzug. Im Laufe der Zeit, wenn Ihre Meditation sich entwickelt, werden Sie noch viel genauer erkennen, wohin Ihre Aufmerksamkeit wandert. Wenn starke Gefühle, Emotionen, Empfindungen oder Gedanken Sie vom Atem ablenken, nehmen Sie sie mit derselben Achtsamkeit auf, wie Sie sie dem Atem zuwenden. Versuchen Sie klar zu erkennen, worum es sich handelt und benennen Sie das Geschehen voller Wohlwollen. Wenn diese Eindrücke vergehen, kehren Sie zum Atem zurück. Wenn Sie gerade erst zu meditieren anfangen oder Ihre Meditation gleichmäßiger gestalten wollen, benennen Sie die Eindrücke nur, ohne bei Ihrem Entstehen und Vergehen zu verweilen und kehren Sie zum Atem zurück. Wenn Sie mit dem Atem sitzen, lassen Sie den Atemrhythmus sich natürlich entwickeln. Die Atemzüge können kürzer, länger, schneller, langsamer, rauer oder sanfter kommen. Stabilisieren Sie sich, indem Sie sich in den Atem hinein entspannen. Wenn Ihr Atem weich wird, lassen Sie die Aufmerksamkeit weich und sanft werden, wie den Atemstrom. Mit der Geduld eines Hundebesitzers, der seinen Welpen trainiert, werden Sie Ihren Atem immer wieder zurückbringen. Nach Wochen und Monaten dieser Übung werden Sie allmählich ruhiger werden und sich mithilfe des Atems besser konzentrieren können. Dieser Prozess wird in Zyklen verlaufen, bei denen sich stürmische Tage mit klaren abwechseln. Lassen Sie es einfach geschehen. Während Sie das tun, werden Sie feststellen, dass das Gewahrsein des Atems Ihnen hilft, Ihren gesamten Körper und Geist zu beruhigen. Aus dieser anfänglichen Achtsamkeit heraus können Sie alle anderen Erfahrungen sich entwickeln lassen. Sie werden Ihnen mit Ausgeglichenheit begegnen, da Sie nun in der Mitte Ihres wechselvollen Daseins verankert sind. Wie ein Kieselstein Warum sollen wir meditieren? Ein Grund ist, dass wir alle die Erfahrung völliger Ruhe und Erholung brauchen. Mit ausgestreckten, lockeren Armen und Beinen auf dem Rücken liegen, kein Kissen unter dem Kopf, das ist eine gute Stellung für die Atemübung und das Entspannen aller Muskeln. Allerdings schläft man so auch leicht ein. Deshalb kommen wir mit der Meditation im Liegen auch nicht so weit, wie mit der Sitzmeditation. Im Sitzen hingegen können wir völlige Ruhe finden, unsere Meditation vertiefen und alle Sorgen und Schwierigkeiten auflösen, die unser Bewusstsein in Aufregung versetzen und blockieren. Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Vietnam sind in der Lage, in der Lotus-Haltung zu sitzen. Den linken Fuß auf dem rechten Oberschenkel und den rechten Fuß auf dem linken. Andere können im halben Lotus sitzen, den linken Fuß auf dem rechten oder den rechten Fuß auf dem linken Oberschenkel. In unserem Meditationskreis in Paris gibt es allerdings auch Menschen, die sich in keiner der beiden beschriebenen Haltungen wohlfühlen. Und deshalb habe ich ihnen gezeigt, wie man auf die japanische Art sitzt. Man kniet und ruht auf den Beinen. Wenn man sich ein Kissen unter die Füße legt, kann man im Allgemeinen über eine halbe Stunde so sitzen. Es ist aber für die meisten Menschen nicht schwer zu lernen, im halben Lotus zu sitzen, auch wenn es am Anfang etwas schmerzt. Nach einigen Wochen der Übung finden viele diese Haltung dann durchaus bequem. In der Anfangszeit können Sie, wenn die Schmerzen zu unangenehm sind, ab und zu die Beinstellung ändern oder eine andere Stellung einnehmen. Bei der Position im Lotus oder im halben Lotus empfiehlt es sich, auf einem Meditationskissen zu sitzen, damit beide Knie den Boden berühren. Wenn Sie so an drei Punkten Ihres Körpers, beide Knie und Gesäß, den Boden berühren, wird Ihre Haltung sehr stabil. Halten Sie den Rücken aufrecht. Das ist sehr wichtig. Nacken und Kopf sollte in einer Linie mit der Wirbelsäule verlaufen. Diese Linie sollte gerade sein, aber nicht so, dass Sie sich steif fühlen wie ein Stück Holz. Richten Sie den Blick ein, zwei Meter vor sich auf den Boden. Wenn es Ihnen möglich ist, bewahren Sie Ihr Halblächeln. Beginnen Sie jetzt damit, Ihre Atemzüge zu zählen und alle Muskeln zu entspannen. Konzentrieren Sie sich darauf, die Wirbelsäule aufrecht zu halten und dem Atem zu folgen. Lassen Sie alles andere los. Alles. Versuchen Sie, Ihre sorgenvoll angespannten Muskeln im Gesicht mit einem Halblächeln zu lockern. Automatisch beginnen sich dann alle Gesichtsmuskeln zu entspannen. Je länger Sie das Halblächeln bewahren, desto besser. Es ist das gleiche Lächeln, das wir auf dem Gesicht des Buddha erkennen können. Nun legen Sie Ihre linke Hand mit der Innenfläche nach oben in Ihre Rechte. Entspannen Sie alle Muskeln in den Händen, Füßen, Armen und Beinen. Lassen Sie alles los. Seien Sie wie eine Wasserpflanze, die sich im Rhythmus der Strömung bewegt, während unter der Wasseroberfläche bewegungslos das Flussbett liegt. Halten Sie an nichts fest, außer am Atem und an Ihrem Halblächeln. Für Anfänger empfiehlt es sich nicht länger als 20 bis 30 Minuten zu sitzen. In dieser Zeit können Sie durchaus zu vollkommener Ruhe gelangen. Die Methode, mit der wir zur Ruhe kommen, beruht auf zwei Dingen, dem Beobachten des Atems und dem Loslassen. Achten Sie also auf den Atem und lassen Sie alles andere los. Entspannen Sie jeden Muskel im Körper. Nach etwa 15 Minuten können Sie tiefe Ruhe finden, voller innerer Freude und innerem Frieden. Bewahren Sie diese Ruhe und diesen Frieden. Es gibt Menschen, die meditieren als Anstrengung betrachten. Sie hoffen, dass die Zeit schnell vorüber geht, damit sie sich hinterher ausruhen können. Sie haben noch nicht gelernt, wie man richtig sitzt. Mit einer korrekten Sitzweise können Sie schon in der Haltung selbst völlige Entspannung und vollkommenen Frieden finden. Vielleicht ist es dabei unterstützend für Sie, über das Bild eines Kieselsteins zu meditieren, der in ein Flussbett geworfen wird. Wie kann uns das Bild von einem Kieselstein helfen? Setzen Sie sich in der Haltung hin, die Ihnen am angenehmsten ist, also im halben oder ganzen Lotus mit gerade aufgerichtetem Rücken und einem Halblächeln im Gesicht. Atmen Sie langsam und tief. Folgen Sie jedem Atemzug. Werden Sie eins mit dem Atem. Dann lassen Sie alles los. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Kieselstein, der in ein Fluss geworfen wird. Ohne eigene Anstrengung sinkt der Kiesel im Wasser zu Boden. Losgelöst von allem fällt er auf kürzestem Weg nach unten und landet schließlich auf dem Grund, dem Punkt vollkommener Ruhe. Sie sind wie dieser Kieselstein, der in den Fluss fällt und alles loslässt. Die Mitte Ihres Wesens ist der Atem. Es ist Ihre Zeit. Der Ort, an dem Sie sitzen, ist Ihr Ort. An genau diesem Ort und in diesem Augenblick können Sie Erleuchtung erlangen. Dazu müssen Sie nicht in einem fernen Land, in einer Höhle oder unter einem bestimmten Baum sitzen. Üben Sie einige Monate auf die empfohlene Weise und Sie werden tiefe Freude kennenlernen, die Sie zu einem neuen Menschen macht. Wie können wir das Leben dazu benutzen, weiser zu werden, statt noch blockierter? Was ist auf der persönlichen, der individuellen Ebene die Quelle der Weisheit? Wie ich die Lehren verstanden habe, hat die Antwort auf diese Fragen damit zu tun, alles, was uns begegnet, in unseren Weg zu integrieren. Alles hat ganz natürlich einen Grund, einen Weg und eine Frucht oder ein Ergebnis. Mit anderen Worten, alles hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Es heißt aber auch, dass der Weg selbst sowohl der Grund als auch die Frucht ist. Darum liest man manchmal, der Weg ist das Ziel. Dieser Weg hat ein sehr eindeutiges Merkmal. Er ist nicht vorgefertigt. Er existiert nicht schon irgendwo. Der Weg, von dem wir sprechen, ist die Entwicklung unserer Erfahrung von Augenblick zu Augenblick. Die Entwicklung der Welt der Phänomene von Augenblick zu Augenblick. Die Entwicklung unserer Gedanken und Emotionen von Augenblick zu Augenblick. Der Weg ist nicht eine Art Route 66 mit Ziel Los Angeles. Wir können nicht die Landkarte hervorholen und planen, dass wir in diesem Jahr vielleicht bis Gallup, New Mexico kommen und im Jahre 2002 schließlich Los Angeles erreichen können. Der Weg ist nirgendwo verzeichnet. Er entsteht von Augenblick zu Augenblick und verschwindet gleichzeitig wieder hinter uns. Es ist, als würden wir im Zug mit dem Rücken zur Fahrtrichtung sitzen. Wir können nicht sehen, wo es hingeht, nur wo wir gewesen sind. Das ist eine äußerst ermutigende Lehre, denn sie sagt, dass alles, was uns heute begegnet, die Quelle der Weisheit ist. Die Quelle der Weisheit ist genau das, was uns in diesem Augenblick widerfährt. was uns in diesem Augenblick verletzt, was uns in diesem Augenblick, Das ist auch eine äußerst um und das ist die Verkaufung. Die Schwung der Weisheit ist genau das, die Verkaufung wurde. Vielen Dank.